Ah, nö, so ne Scheiße will ich echt nicht. Ah, okay. Komm, komm. Oh mein Gott. Komm, Schlag! BAMS! Ja, die Rufen ziehen sofort wieder raus. Das wüsste ich nicht. Scheiße. War hierhin oder was? Nee. Wow, 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 wow! Okay, das war fies. Das war richtig fies. Okay, okay. Ich krieg mal Kopfschmerzen. Ich hasse die Hitze. Ich hasse die Hitze. Ah, neu. Wow, hab ich ein Schwein. So. Weg mit dir, dahin störst du mich wenigstens nicht. Nö, tot. Beim Wind. Den Tag, der zieht sofort das Schwert wieder raus. Deswegen überspringe ich den einfach mal. Komm, hoch, hoch. Ey, das ist so fies, ne? Ich glaub, da kannst du auch mit oben wieder mitsteuern. Was? Was? Ja, kannst du steuern? Ein bisschen, ja. Okay. Wow, 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 wow. Das ist nicht, nee, du musst da nicht dazwischen, oder? Alter. Der für kranker Scheiß. Jo. So, links oder rechts? Ja, geh mal. Links oder rechts? Gut. Okay, das wär egal gewesen. Okay, jetzt einfach Käferkopf machen. Okay, das untertrau ich mich nicht. Nee. Oh, nee. Nein. DK-Fass oder Sprecher-Fass? Oh Gott, jetzt. Ich wollte doch gar nicht springen. Ich wollte erst mal gucken, was hier ist. Alter, alter, alter. Ja, ja, komm. Ja. Erst mal wieder weg. Erst mal wieder weg. Okay. Ich glaub, die wollen, dass wir den Igel töten. Oder auch nicht. Ich trau mich nicht, von unten rein zu ballern. Ja, glaub ich. Das glaub ich. Wow. Guck mal links rum, würde ich sagen. Uiuiuiuiui. Alter. Scheiße, muss ich da unten rum? Was ist das denn für ein Level? Alter. Okay, damit kann ich nichts auslösen. Scheiße. Mhm. Alter, das ist aber auch wirklich immer haargenau getan. Da kommt direkt der nächste Arschgegner. Ich bin grad echt fasziniert von dem Spiel, wie hart das noch ist. Es war eigentlich bisher relativ nett. Ja, ich mach' ich auf was. Ich glaub, der Christoph braucht doch den Druck. Er braucht den Druck, dann spielt er besser. Von wegen, wir sind bei Game Over. Wir müssen dann den Endgegner nochmal machen. Du kannst ihn einfach töten, genau. Ich versinn das dann noch. Einer nur, okay. Und da vorne oben ist ne Biene. Zwei. Gut. Ah. Keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, ich da jetzt durchspringe. Ach, dann kommt der Wind. Ah. Warum haben die Affen eigentlich keine Hosen an? Ach, scheiße. Wie kommt's? Nein! Warum hält er denn den Winter jetzt auf? Weißt du, ich bin zwei Sekunden, ne? Oh. Ach, wir müssen speichern können. Jetzt hätten wir das Geld. Wenn's da, bleib offen. Äh, ja. Noch mancher. Nicht hier rumwackeln. Gut. Ziel. Oh, Leben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben ein Leben! Leck, leck, leck. Das ist echt der falsche Zeitpunkt. PC, um jetzt zu lecken. Ach, scheiße. Drückst du einfach nach unten, oder? Ich hoffe, ich komm jetzt einfach durch. Wind, hörst du jetzt auf, oder? Ich kann dir gar nicht sagen, was jemand drin ist. Okay. Will, der versagt, ist der Wind, ne? Ich wette, dass du unten an den unteren Haken rankommst. Oh! Oh! Jetzt hoch. Oh, das war wichtig, das war wichtig. Lebensversicherung. Äh, 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 äh! Ja, da will ich mal schacken. Fenster, knack's. Tschüss zu denen, du jetzt auf die Dekatenmünze. Komm, wir machen 100% Christoph. FUCH! Nein, nein! Ich wollte gerade da rüber gehen. Alter. Das ist anstrengend. Ich will die Noten... Wir haben nur noch drei Leben. Ich will nur einen Speicherpunkt haben. Wirklich, der Speicherpunkt reicht mir vollkommen. Ja, toll. So, Arschloch. Okay. Arschloch. Arschloch, ne, irgendwo rein. In der Kneipe, in den Opfer. Oder in den Puff. Okay, okay. Okay. Äh, ein bisschen Schiss hatte ich schon. Jetzt. Ah, fuck! Scheiße. Fuck. Fuck. Wow. Okay. Dann direkt so? Ja, Leben haben wir wieder. Also, wir müssen bis dahin kommen, Christoph. Dann haben wir es geschafft. Alter, wir kriegen wieder ein paar Badenchen. Ich finde, das ist so fies, ne? Die Hitbox ist so extrem groß. Das ist wirklich eine Box. Das ist keine Affe. Das ist kein Hitmonkey. Das ist eine Hitbox. Ja. Ich werde, ich werde vielleicht erst mal so fester eine rauchen. Boah. Weil da unten war doch irgendwas. Das solltest du vielleicht, mir ist doch scheißegal. Ja. Ne, ich werde ja nicht rauchen. Oh mein Gott. Hör auf zu lecken. Leck. Der ist so geil. Ja, guck mal, der fiebert mit. Weil da wartest du. Häng dran. Pass auf. Guuuut. Nicht rechts rum. Rechts rum ist scheiße. Also muss ja immer mit dem, der nach oben gerade führt. Jetzt nach rechts im Stück. Genau. Jetzt nach links. Genau. Perfekt. Und vorsichtig. Wind geht weg. Oh, ist das eine Wiese, Kacke. Geh nach rechts. Scheiße. Jetzt muss ich da. Nach links oder? Ne, ne. Oh. Der hat dich, die Biene hat dich geleckt. Nein, die Biene war in ihr drin. Nein, die Biene hat sich so eine kranke Kacke hier einfallen lassen. Du scheiß Vieh. Stopp. Das ist ja Luft holen, ey. Komm, wirf deinen Rotz. Danke. Wirf deinen Rotz. Oh mein Gott. Uiuiui. Okay. Was? Hä? Squarks? Mir auch. Das wäre so viel einfacher gewesen. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ähm. Jetzt kann ich langsam mal zu Ende sein. Hallo? Wie, das hört auf, ne? Ich raste aus, wenn das jetzt aufhört, der Wind. Ich habe mir für die Befürchtung, dass das aufhört. Danke. Egal. Na komm, ihr Jude freut sich. Alter. Ich will die Schule haben. Ich brauche die Schule. Strasse runter. Ja. Danke. Es ist so eingeschlafen. Was? Auf Englisch jetzt? Ja, gut. Achso, stimmt. Ja, ist egal. Schal, komm. Schal, komm, 50, komm. Gerade war die Hälfte des Spiels durch. Wir sind schon in der letzten Welt. Be careful now, Kongs. Das war so eine letzte Kraftruss. Boah, ich bin gerade so platt, ne? Castle Crush. Schlosszerstörung. Oh, nein. Das macht doch Lust auf mehr. Jetzt können wir uns das Speichern wenigstens nochmal erleisten. Das Speichern lohnt sich ja nicht, bevor wir das Level geschafft haben. Boah. Du machst das schon. Achso, hallo. Das Gute ist, man könnte sich das aber auch aufsparen, weil es kommt ja mit hoch. Schön, dass das Feuer nicht wehtut. Ah, na, hat er zerquetscht. Gut. Oh, oh. Ich war jetzt so auf den da links fixiert. Ja, ja. Ich wundere es auch gerade ein bisschen, dass der da irgendwie so noch werfen kann, obwohl... Deine Wand zwischen ist, ne? Hepp. Mein Gott, der ist schon rot. Der ist jetzt noch röter! Äh, wo ich jetzt der quetscht, oder wie, oder was? Ich weiß jetzt nicht, woran du jetzt gestorben bist. Aber wir haben gespeichert, das ist erstmal egal. Deswegen ist jetzt die Spannung erstmal... Erstmal ist die Spannung jetzt raus. Das ist auch gut so. Mein Herz hat nicht mehr viel davon mitgemacht. Und das auch noch bei den Temperaturen, ne? Bleh. Dorf. Kaff, kaff. Lass. Alter Vater, ey. Stirb. Oh. 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 Das macht uns die Sachen, glaube ich, auch ganz schön einfacher. Vielleicht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nach rechts zurück. Spring schon mal. Damit können wir schon mal den Fettsack töten. Und alles, was uns berührt. Wenn der überhaupt tötbar ist. Tötbar finde ich gut. So, jetzt spring schon mal hoch. Zack. Ja, ist tötbar. Tötet das Feuer. Links oder rechts? Links. Links. Ich denke mal links, ja. Oh, da so halbmütig. Aber der ist so breit. Das könnte natürlich schon ein bisschen gefährlich werden. Wenn der so ein Pixel zerquetscht wird, weiß, dann bist du natürlich tot. Wie soll ich jetzt den Eindruck? Was? Da geht das? Warum habe ich jetzt sowieso hat er mich gerade getroffen? Hätte er den Arsch gebissen. Oh, eine Banane noch. Da ist er doch. Vorsicht. Oh, ist das so kacke, ist das. In den Arsch. Ich wollte die Banane jetzt haben. Ja. Kann ich verstehen. Ja, wir haben glaube ich keinen Zwischenspeicherfass gehabt. Nope. Boah, ist das ein Drecksspiel, ey. Hast du bei deinem... Wobei, das macht ja doch eigentlich Spaß. Hast du bei deinem letzten Mal so weit gespielt? Nein. Gut. Ich habe nur noch mal. Ich war in Welt... Eins. Drei... Nee, Weltvierschloss. Gut, Dennis. Sehr gut. Okay, dann lassen wir das mit dem... Brauchen wir nicht. Ist eh überbewertet. Das ist tot. Sag tot. Hieser, so einfach geht das. Tschüss. Gumm, 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 gumm. Dann geht wir zu McFid. Genau. Ist gerade auf dem Weg. McFid ist da links. Übrigens, wir müssen nochmal anmerken, auch wenn es in den Kommentaren beantwortet wurde. McFid und McDonalds haben nichts miteinander zu tun. Scheiße. Boah. Hoah. Wie auch immer. Egal. Es hat funktioniert und das reicht. Apropos McDonalds haben wir heute auch wieder. Mhm. Chicken Box. Dreier Chicken Box. Sehr gut. Paddy hat wieder seinen komischen... Fischburger da gegessen. Direkt da gegessen. Wir haben uns geweigert, das für ihn zu bestellen. Ja. Würde ich kauf selbst. Nein. Nein. Würde ich dich. Was mache ich denn da? Töten tue ich dich. Zack. Da war jetzt Rambi praktisch. Mhm. Da war jetzt ziemlich praktisch. Okay. Ich wusste nicht. Ich hab gedacht, der kommt mit hoch. Der Biene. Ich hab auf die Münze einfach mal geschissen. Du bist kein... Ei. 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 Ich hab ein bisschen Angst, dass es zu weit sein. Ratschlatter hat. Dass er da reinrollt, ne? Äh, ja, Rambi. Achso, Rambi. Toll. Super. Hab ich nicht. Warum... Warum sind da die... Die Fackeln, die da im Hintergrund sind manchmal? Da links jetzt. Sieht da aus wie eine Schlange, ne? Ja. Eigentlich schon. Wieso ist King Karol eine Schlange? Hm. Gute Frage. Berechtigte Frage auch. Ach, guck mal. Warum gibt der uns jetzt einen Vorsprung? Ich hoffe, das hat keinen Grund. Vielleicht einfach so nett, so. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Aber wir haben ja noch keinen Speicherfass, oder? Oder hab ich eins eingesammelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Alter, ist das für ein Lämmel. Ich hoffe, wir haben es aber noch nicht verpasst. Alle drei, auf einmal. Vier. Oh mein Gott. Da, ich schwemmer vom Teufel. Sprüsch. Was soll die Biene da jetzt? Da bin ich jetzt nicht verstanden. Egal. Ach, nee. Ja, schon. Alter, da muss man einmal ausweichen, weil der wird gleich so vor uns gequetscht. Naja, der kommt aber nochmal zurück ein bisschen. Komm hoch, wenn hier. Der fickt aber auch zurück, auch wenn der Gegner tot ist. Ah. Jetzt hab ich jetzt nichts. Wir haben noch zwei Leben. Ja. So, dann bringt uns aus der Speicherfass noch was. Aber gut, so viel weiter als jetzt haben wir ja zum Glück noch nicht. Ja, ja. Wespe. Ich mochte das Geräusch, wie ein Donkey Kong, Donkey Kong, wie einst gestorben sind. Ein Stück kommen die nur noch zurück. Okay, wenn du da links stehen bleibst, dann passiert eigentlich nichts auf dem Rückweg. Sehr gut. Hm, ich brauche noch ein Bild. Gut. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Sehr gut. Ein bisschen sehr gut ist das. Also quasi sehr gut minus. So, ich springe schon hoch und laufe nach rechts. Oder wie gesagt, der Brauer gut... Ah. Ah. Das hat der auch gesagt. Äh, gut minus, Pfeil oben. Ja. Weil er der Einzige war, der auch drei Viertel und Viertelpunkte vergeben hat. Hm. So eine gute zwei Minus. So eine gute zwei Minus. Wetz. Wetz. Ich bin gerade echt gespannt. Also, ich bin einfach nur gefiebert gerade so. Ich hoffe einfach... Boah, ich hoffe, ich komme so weit wie möglich. Am besten schafft der den Scheiß einfach. Äh. Und so. Also, solange die immer ein bisschen versetzt runterkommen, ist das kein Problem, wenn die gleichzeitig kommen. So wie jetzt! Das Gute ist, dass du halt mit dem Drehmove, äh, immer noch ein bisschen Raum gut machen kannst. Ah, ne. Jetzt kommt der Rotz. Ja, wir waren kurz hintereinander. Hey, hey. Hey. Ach, scheiße. Ich hatte jetzt schon auf den Linken geguckt. Warte, nix. Ach. Wo, wo, wo? Gib mir das Fass. Ja. Toll. Super. Ich bring fast in die Biene noch rein. Kommt bestimmt jetzt noch eine. Und die Räulement? Ja. Aber das ist bisher eigentlich noch nicht so... Jetzt raus raus! Ja! Oh! Das war genau so geabsichtigt. Das glaube ich nicht. Oh, ich gehe es schon. Schön. Was ich das Leben ist eigentlich bisher noch gar nicht... Was? 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 Wechseln sich jetzt ab. Alter! Alter! Was ist das denn für ein Rotz? Das ist so ein bisschen wie... Seilspringen. Völkerball. Ne, Brennenball. Boah, das ist krass. Wenn ihr wenigstens gleichzeitig schmeißen. Das wäre zu einfach. Er sei, er sei, er sei, er sei, er sei, er sei. Aber wir haben gespeichert, deshalb ist das alles egal. Ah, Gott, wir sind voll fertig hier. Weil es ist so warm, ey. Wenn wir so Nerven aufreiben, alles. Warum will ich eigentlich immer springen? Schön ist es, wenn ein bisschen kühler Luftgrad mal durchgeht. Ja. Das ist ja nicht so häufig der Fall. In Wasser, das. Na, Paddy, bei uns ging gestern gar keine Luft durch, ne? So, keine Fenster, Christoph. Ach, stimmt. Ich habe nur Löcher in der Wand. Genau. Ich habe einfach, weil ich zugemaut wurde, habe ich einfach ein Loch in der Wand geschlagen. Genau, mit der Faust. Bam! Tat zwar ein bisschen weh, aber... Link oder rechts. Rechts. Ich wusste da jetzt nicht, ob links oder rechts. Ich mache mir das unschlüssig. Ja, jetzt... Ist ja gerade irgendwas gestorben? Ja, das ist der Schnapper. Ach so, von unten. Jetzt kommen die Stände. Ja, das hast du gerade ganz gut gemacht. Jetzt müsste das... Links, ja. Anstrengend. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn es also heiß aufnehmen und so, aber derfen auf allen gespielt, dann ist nix. Jetzt müssen wir so SimCity 4 oder was du da gehabt hast. Ja. Erst kommt der linke, dann der rechte. Und jetzt kommt nur der linke. Da kommt der erste rechte. Sehr gut. Ah, ha, 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 ha. Lustig, lustig. Falalalala. Du machst das. Du machst das. Du musst eigentlich immer nur einmal über die Drücke. Springen. Jetzt mal jetzt. Und es ist noch links. Genau. Seht, was wir nach rechts. Perfekt. Vorsicht, es kommt ein Fettzeug, ne? Denkt dran. Oh, so knapp. Jui, Jui. So, jetzt müssen wir hier nochmal rüber. Jetzt kommen die Wichser. Das ist der rechte, ne? Ja. Ah, schade. Ah, gleiten hilft nicht, weil ich nicht so hochkomme. What? Ja! Ja! Boah! 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 Nicht so weit. Ne, ne. Ah, ist das los? Du fließt mir viel zu schnell. Das war ein kleines Lied. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hä? 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 Ja, wird's nach oben los. Oh Gott. Pfff! Pfff! Ich will ein Plikar fassen oder so oder noch ein... Nö. Nee, nee, nee. Ja! Ha! Oh, mein Leben. Ähm, ja. Er kommt sich hoch genug, also egal. Ich will da hoch. Ich glaube, was... Das ist der Ausgang. Ah, leck mich doch fest. Nö, 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 nö. Sollen wir nochmal sprechen gehen? Ja! Häh, Endgegner. Kong College. Ah, ja gut, wir haben wir noch. Wir können noch zweimal speichern. Ah, nee, jetzt wird das bestimmt wieder teurer. Ja, gut, das weiß ich gar nicht. Stimmt. Ein Prozent mehr, wuuu. Ah, nee, zwei. Okay, einmal kann man noch speichern. Man sieht, münden sammelt es jetzt nicht so das Problem. Das ist ja das Schöne. Kleppers Cameron. Das ist bestimmt ganz viel von ihm. Ah, nein. Ah, und auf Eis. Wie schön. Oh nein, nicht der ist schon wieder da. Ist das Klepper? Der ist schon wieder hinterher. Eis macht der jetzt auch raus. Können wir drüber laufen. Der kann trotzdem spielen. Ja, der kann trotzdem rechnen. Echt? Das ist einfach ein Kack. Okay, gut. Uiuiui. Ich hab gedacht, fall bloß nicht ins Wasser, weil du bist ein bisschen tot. Musst du durchrutschen wie Mega Man. Bams. Ups. Ah. Raus, 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 raus. Gerade ein bisschen perplex, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Alter. Huia. Ich wollte gleiten, aber ich wollte gleiten, aber es geht ja gar nicht mit dem. Glöten. 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 Ach Gott. Aber es kann nicht mehr viel kommen hier in dem Spiel. Wir sind gleich bei King K. Und ich hoffe mal nicht, dass es so lange dauert wie bei dem dritten Teil. Also wenn es in der Gameboy-Version ist, dann ist er auf dem Luftschiff. Das Spiel gibt es auch nicht. Ach, hast du das? Das ist dann Donkey Kong Land, ne? Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Der Paddy weiß das doch. Das ist so wie Donkey Kong Country, ziemlich. So finde ich. Das ist das, glaube ich. Ach du Scheiße. Christoph! Oh! Oh Gott! Nein! Bevor Klepper kommt. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt der Arsch? Ich wollte den jetzt eigentlich töten. Der kommt erst wieder, wenn der weg ist. Oh! Der ist feige. Oh oh. Nein! Nein! Oh Gott! Aber dann kriegen wir nochmal wieder einen Zack. Das ist das Schöne, wenn wir auf dem Reit und wenn wir nicht der selbst sind. Da habe ich quasi endlos Versuche. Ah, das sind die alten Donkey Kong Country Tricks. Jetzt ist sie doch wieder da, oder? Nein, doch nicht. Nein! Das ist das Schöne bei Wario Land 1. Wenn ihr die Gegner einmal getötet hast, dann kommen die nicht mehr wieder. Was machst du? Bams! Gleich langweiligen Kack. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es da links geht, rechts geht, geht es bestimmt weiter. Ja, okay. Das ist nochmal eine halbe Speicherung, die wir jetzt dazu gefunden haben. Ist ja schon mal was. Boah, ne, jetzt kommt dieser blöde... Okay, jetzt kannst du erstmal schwimmen, Dingi mal. Nicht viel, aber du kannst schwimmen, wenn du willst. Ist er jetzt wieder da? Ja, ich schätze mal, sobald wir im Wasser sind, sind wir tot. Oh oh. Speicherfass! Okay, er ist tot. Und da unten habe ich ihn schon gesehen, unser kleiner Freund. Ach, Libellen, wie schön. Bams! Nein, nein! Ja, sehr gut, Christoph! Das ist so kacke mit dem... Uiuiui! Mit dem Rutschen noch dazu, ey. Das ist so viel Action grad für mich. Man kann ja nicht mal es durchatmen. Oh mein Gott, mach schnell! Scheiße! Christoph! Christoph! Äh, äh, äh! Boah! Ei! Voll Sliden! Jaum! Für dich stehen! Dann halt nicht... Für dich stehen! Und alle kaputt machen! So muss das sein! Nein! Nein! Geh nicht weg, Wasser! Geh nicht weg! Nein! Geh... Oh fuck! Na, egal! Boah! Weg! Boah! Was? J-Link Chamber! Boah, speichern oder so. Wir werden es mal so probieren. Ich weiß, wie viel dem haben wir denn noch? Also auf jeden Fall noch mehr als null. Okay, dann machen wir es mal. Einmal dürfen wir auf jeden Fall sterben. Versuchen wir es mal. Komm, hier, du bist dran. Achso, Entschuldigung. Kein Problem. Ey, muss pipi. Es tut weh. Die ist so langsam mit dem Greifen, weißt du? Die klettert wie eine Eins, aber wenn ihr greifen müsst... Sechs Leben. Wie vorsichtig. Oh, ja, komm, das ist es wert. Soll wir? Christoph, ich glaube nicht. So, wie komme ich jetzt da wieder raus? Mit Gleiten. Gleiten! Komm. Da kommt man jetzt irgendwo von der Biene. Äh, ja. Wow. Ich hab ihm gedacht, genau über die einer runterkommt. Blub, blub, blub. Fui. Fui. Ich muss gerade sagen, hat sich bloß da fest, Tussi. Okay, zweifel hoch. Zack, zack. Ja, ja, sehr gut. Das hätte ich an dem Level aus Donkey Kong Country 3. Äh. Äh. Wenn man so einen Propeller noch bekommen ist, ne? Oh, ja, 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 ja. Ich bin jetzt, das hält er hier sofort an. Ja, gut, der rutscht ein kleines Stück nach. Ja. Wobei man sich schon ein bisschen in der DK fast geschafft, ohne das benutzen zu müssen. Boah, rechts. Oder allerdings, ich weiß es nicht. Geh mal lieber rechts. Äh. Was? Nur nicht in die Biene. Nur nicht in die Biene. Christoph. Nur nicht in die Biene. Okay. Ja. Sehr gut. Nur nicht in die Biene, die sich bewegt. In diesem Fall. Da ist es hat er da gemacht. Man kann gegensteuern. Wie, hast du mir? Echt? Ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Ja, auch nicht. OI! Scheiße. Sprich, ich soweit hoch. BAP! Ich habe das genommen. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Speicherfass wird immer ganz doll. Ein Donkey Kong-Fass wird schon erstmal reichen. Als meistens ist das ja so, dass ein Speicherfass auch da ist, wo ein Donkey Kong-Fass ist. Deswegen. Ja, sicher. Sonst keine Probleme hier, Schweine-Turiste. Puhuhuhu! Ja! Okay. Äh, links, rechts. Geh mal die Bananen nach, oder? Nöt. Ja! Aaaaaah! Alja, bin ich ne geil. Gut, dass du nicht auf mich gehört hast. Bams! Toll. Ich hab gedacht, das bringen mir irgendwas. Jetzt hast du aber ne größere Lücke. Ja. Wie in meinen Zehen. Ja, noch mehr freut sich wieder der... Ne? Der andere von der Religion. Herzberg. Ein Professor von mir, ne, mein Professor von mir ist Herzberg. Was habt ihr jetzt vor? Wirft ihr die Scheiße auf mich? Wirft ihr die Scheiße? Nee, die werfen die nicht. Aaaaaah! Oh, Problem gelöst. Aaaaaah! Problem gelöst. Oh, dann wollen wir rein da. Na, komm, dann... Ja! Leben! Nein! Jetzt, da gehen wir hier rum. Wieso hab ich den Eindruck, dass das nicht... Hä? Gut. Nein! Puh! Komm, ich stelle noch größeres Ziel da. Entweder ziehst du jetzt durch? Natürlich durch. Wenn der von links kommt, dann kannst du durchziehen. Ich lebe schon viel zu lange für meinen Geschmack. So. Hä? Er dreht sich um. Was ist denn für ein Arsch? Er dreht sich nicht um. Ha! Das sah gerade so aus. Hab ich jetzt im Auge gedacht. Boah! Boah! Ich hab mir gerade im Kreis gelaufen oder was? Wie machst du? Bringt das was? Nein, das bringt gar nichts! Gut. Wie wär's mit dem Donkey Kong fast? Das wär mal echt was Schönes. Aaaaaah! Ey, das ist fies! Fick dich! Maaan! Jetzt ist... Alles tot! Tut tot! Wenn wir nichts... Wenn wir nichts... Wenn wir nichts mal sterben, müssen wir speichern. So, wir müssen den Rest dann auch für die nächste Aufnahme aufheben. Ich weiß nicht. Du schweiß nicht. Hast du keine Lust mehr? Doch, aber keine Kraft. Na, lass uns gleich mal eine Pause machen, dann können wir nochmal neu entscheiden. So. Hey, okay. Wäre schon gern, wenn wir das heute beenden würden. Wir haben heute sowieso Zeit. Okay, man kann durchziehen. Gut. Wo bist du langgegangen? Ich bin links rumgegangen. Ich auch links. Geh mal rechts rum. Pletzt der einen DK-Fass oder sowas. Äh, geh links rum. Du musst schnell sein. Ich versuch's. Ich versuch's. Gut. Wenn ich... Ja, danke. Du musst direkt rüber, sobald die unter deinen Füßen sind. Es geht weit nach oben. Es geht verdammt weit nach oben. Spring! 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 Okay, das war doch irgendwie nicht so knapp wie gedacht. Ach, guck mal! Was denn? Ne, wir sind jetzt wieder da. Äh, hält dich nicht in der Nähe des Bodens auf. Weil das ist ja der Arsch. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Runter. Oh, du machst das sehr gut. Kirchenglocken, wie schön. Boah, du bist ja ein Gott. Äh, warst du eine Kanonkugel? Ja, oh mein Gott. Alter. Diese eine da, die animation ist, die sich auch unbedingt dahin drehen muss. Ich hör' die nicht, ich hör' die nicht, wenn ihr redet. So, jetzt sag' ich wieder reden. Ich bin doch lieber ruhig. Ja! Ja, schnell dahin! Das war jetzt aber auch fies. Da hast du mal Reaktion bewiesen. Nicht so wie bei Volleyball, oh mein Gott. Wah! Runter müssen wir jetzt schnell. Oh, nee. Da unten muss ich dafür drücken, ne? Ich glaub schon, ja. Ich übe nochmal hier ein bisschen. Unten oder unten und spring? Unten und springen. Okay. Oder? Ja, unten und springen. Was geht tief nach unten? Äh, ne, ne, ne. Den, 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 den. Ist wieder hoch. Alter, es wird so knapp. Es wird so knapp, aber du bist eigentlich relativ gleich schnell. Und dann nach rechts springen. Ja, ab, ab, ab. Oh! Alter! Tot. Nein, unsere Bananen. Wir brauchen nicht unsere Bananen. Oh! Arschloch. Scheiße, ich dachte, ich hätte sie noch gekriegt. Hab' ich auch gedacht. Aber ich hab's gehofft. Schst. Hey, schst. Ja, ich will hören, ob ein Schuss kommt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Was? Was ist? Der klaut Leben! Alter! Alter! Geht der gar nicht. So, bitte. Leben, bitte. Mit Chance haben zum... Nein. Ja. Über die Hand. Komm. Scheiße. Oh, da oben ging's weiter. Du hast zwölf Leben. Du Arsch! Endgegner? Immer noch nicht. Swankies Monos Bonanza, wir können ein bisschen zocken gehen. Aber, ne, eine Münze dürfen wir verspielen. Boah, ne, die hat ja verschiedene Preise. Guck mal, wir müssen ja nicht spielen. Ja, auf Englisch, toll. Okay, Ruhl's quitz. Okay. Ja, komm, machen wir mal. Das wäre ein bisschen zu einfach. Kiep ist Gruft. Gruft war das, ne? Was ist Gruft? Ist das Gruft? Ja, komm. Du, ne? Du, ne? Du, ne? Okay. Yes! Let's play on! Which of these enemy also appeared in Donkey Kong Country? The singer! Wer war denn singer? Die Vespe! Ah! Motto! What für'n Gerät! Okay, ein Leben, das reicht! Wir haben eh kein Geld mehr, wir müssen den Restraum für speichern! See you next break! So, okay. Ah, erstmal, im Moment, erstmal speichern, oder? So ein Rotz-Level, ey, die Level sind richtig schlimm geworden jetzt am Ende. Ja! Ich meine, die vierte Welt ging ja noch, da waren die Level nur lang, jetzt sind die fies und lang. Ich muss mich immer mal zurücklehnen zwischendurch. Ja, mach das! Äh, ich hab eigentlich gedrückt, so von wegen geh weg. Okay, das war's. Ich hab unsere Münzen einfach mal verspielt. Das war's. Geil. Ich hab überhaupt nicht den Knopf zum Speichern gedrückt. Ja, ist ja egal. Das war bei mir letztes Mal aus so. Da hast du gesagt, oh, nochmal speichert! Toxic Dauer! Muss ich jetzt... Wieso hab ich den... Ach du Scheiße! Wieso hab ich den Eindruck, dass das gleich hochkommen wird? Warum hab ich den Eindruck, dass ich einfach mal den ersten Gegner reinspringt, der mir entgegenkommt? Oh nein, nicht die Schlange! Oh du Scheiße! Äh, wo wir gerade sagen, stopp! Wir können nix dafür, wie das so lange dauert. Ist immer so, wenn wir neu laden, haben wir eh keine Münzen mehr. Von daher war's egal, dass ich zwei mal gespeichert hab. Mir ist grad nicht so nach... Äh, Entschuldigung, Freddy. Ey, fick dich mit deiner Riesenfresse! Mein Gott! Boah! Ich wette... Ich wette, du wärst da grad gestorben bei dem Sprung. Hm. Häh? 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 Tot. Oh, dazwischen. Ich hab auch gedacht, du triffst den. Mal gucken, ob ich diesmal diesen ersten Wichser kaputt machen kann. Jetzt wetten! Wetten nehm ich noch an! Arschloch! Arschloch! Ja! Häh? Behem... 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 Wah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah! Ja, ich hab jetzt auf 4 gedrückt. ich sehe überhaupt nicht was über mir liegt das wahrscheinlich gegner ich wusste auch was also zu passen versprungen ich habe gerade kurz geguckt soll ich dass ich was die grüne scheiße kommt immer näher scheiße 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 spring hoch schneller hoch noch mehr bieten bitte was das jetzt das quarks auf jeden fall einfallen lassen wollte gerade sagen einfach umrotzen das kann jetzt kommt gut einfach vorbei die brauche ich nicht ich baller so gerade den knopf kaputten alter ich darf noch weiter das wird das das wird das die ganze familie nein nein fuck game over ich würde sagen wir machen hier mal ein kleines bäuschen ja gehen wir mal eine rauchen ja ich muss was bis gleich